Dort hat am Abend mit den traditionellen 3 Kanonenschüssen das Sonne, Mond und Sterne Festival begonnen. Das große Techno-Festival lockt jährlich Zehntausende nach Saalburg-Ebersdorf. Auf insgesamt 7 Bühnen bieten mehr als 100 Musiker wie DJ Steve Aoki elektronische Tanzmusik. Aber auch Deutschrap ist vertreten, wie z.B. mit Contra K. Bei der 26. Auflage des Festivals gibt es zum 1. Mal Tagestickets. Grund dafür ist, laut Veranstalter, dass es seit Jahren eine entsprechende Nachfrage gegeben hat. Noch bis Sonntag wird auf dem SMS-Festival gefeiert. Live vor Ort steht unsere Reporterin Carolin Büscher. Caro, wie ist die Stimmung auf dem Festival? Auch mit Blick auf die aktuelle Sicherheitslage bei Großveranstaltungen. Die Leute hier sind richtig guter Dinge. Sie freuen sich, dass es endlich losgeht. Denn viele von ihnen sind schon am Mittwoch angereist. Heute Abend um 18 Uhr wurden die ersten Bühnen bespielt. Hinter mir spielt gerade Moritz Hofbauer, ein DJ aus Mannheim, der aber auch auf internationalen Bühnen unterwegs ist. Und die Leute haben richtig Lust. Sie tanzen, sie feiern. Und um Sicherheit machen sich die meisten, ehrlich gesagt, gar nicht so viele Gedanken. Die Security sind da ähnlicher Meinung. Die sind mit genauso vielen Leuten wie auch sonst vor Ort. Für alle Fälle ist hier aber natürlich auch Polizei präsent. In diesem besonderen Fall sogar mit Polizeibooten auf dem Stausee. In der Festivallandschaft dominieren ja eher die großen, die kleineren Sterben aus. Welche Bedeutung hat das Sonne, Mond und Sterne für die Region? Ja, man kann sagen, dass das Festival und seine Bedeutung auch mit dem Sonne, Mond, Sterne selber gewachsen ist. Also als das Sonne, Mond, Sterne 1997 zum ersten Mal stattgefunden hat, da waren dann nur so 2000 Gäste vor Ort. Und Techno auch noch eher Subkultur. Das hat sich geändert. Mittlerweile kommen jedes Jahr mehr als 30.000 Leute in den Saale-Orler-Kreis, in die Region. Das ist zum einen natürlich auch ein wirtschaftlicher Faktor für die Region. Zum anderen aber vor allen Dingen auch Prestige. Also die Region präsentiert sich hier. Die Szene zeigt sich nach außen. Also es ist wichtig, dass so ein Festival in Thüringen stattfindet und internationale und nationale Anerkennung findet. Zum anderen präsentiert sich die Region aber besonders auch gut. Ich habe hier vorhin mit zwei Jungs aus Stuttgart gesprochen. Die sind zum ersten Mal beim Sonne, Mond, Sterne. Und die sagen, wir kommen auf jeden Fall wieder. Uns gefällt es uns hier so gut. Und die Landschaft hier in der Region, die gefällt uns auch so gut, dass wir uns hier sogar vorstellen können, Urlaub zu machen. Herzlichen Dank. Caroline Büscher live von der Bleilochtalsperre.